und damit wir kurz zu uns darf immer noch mehr flash ja mit der bratwurst mit centos ja für die stunde und essen dauert jetzt mal noch holz besorgen holz 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 steht direkt vom baum direkt abpacken hier nein jetzt ist meine axt kaputt gegangen muss ich kann zeit aufschlagen dazu einmal nicht das ging nur einmal was du für ein axi da hat das eine ganz normale ja ich kann mittragen ich wollte zu spinnen und schweinchen kommen aber nicht mehr hinterher ich muss ein feuer kann ich unterwegs machen ja feuer 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 genug dafür dabei alles gut ich muss mal wieder was essen mhm so wo hab ich jetzt das lager da unten komm mal hier liegt heute rum hey passt das nämlich ein speer das geile ist du kannst die einschlagen und treffen diese gar nicht das ist irgendwie nichts neues so und bei der bretter das heil dinge äh i don't know ja alles so zack zack das ist schon mehr plan als ich davon ne das ist wirklich so hier gerade ich hab das zurück gerade gegessen du kriegst jetzt nur durch wieder ok ich bin ich kaum so pick up das sieht äh das bräuchte nochmal ein holz ne ouch wenn mich holen lassen jetzt haben wir schon mal ein chest weg und tot tot nicht ich bin ich bin dachte schon so und jetzt aber auch eine hause ja definitiv backpack mitnehmen mach das ich brauche mit zu essen ja da habe ich schon mal einen minimalen vorteil dass wir was haben ich war nicht mehr mein mein freund hä wer will schon dein freund sein als maul ach mal gucken ob meine bärenbüche gewachsen sind nö glaub ich auch nicht doch da sind bären drin aber auch nur ein ein was bräuchte ne axt ne spitzhacke werden gar nicht mehr schlecht ne spitzhacke und dann feiern machen zack essen fehlt definitiv und mass da eine birdhub zack da muss man sieht es rein tun ne in die birdhub ja muss ein seed reinlegen naja hab ja welche davon und wenn ein vogel fällt dann ist das echt praktisch so hast du wenigstens was zu essen tue ich mal wo ist jetzt meine chest die fülle sind auch so doof wie wir wir landen immer mehr drin ne mhm deswegen ist das ja geil mhm weiß gar nicht was zieht's für mich ach die kosten Kompass ok ok zack zack heerlings ok spider glätt nein ist das so ne salbe ne heilungssalbe ok und sie kann sie auch so einfach töten die vögel ne naja aber ich koch dir lieber ich weiß nicht ob du was rauskriegst wenn du die tötest ich weiß auch nicht ich riskier das lieber nicht was rauskriegen wirst du ja hm du kriegst ja irgendwas raus musst du ja ja ich weiß jetzt nicht ob du ne feder bekommst oder sowas hab ich jetzt noch nicht gekriegt wie normal bin bin ich wieder bei mir oben rein hm hm nöd ramass hey dass man so wenig Holz hat nä das kotzt mich an es gibt ja auch nur vier oder fünf raus na so scheiße doch einfach so dass ich jetzt ein solches darin tun so haben wir jetzt über die dinge brauchen noch dafür ich bin noch nie durchgelaufen also kann ich nur machen dann bauen wir uns mal ein thermometer ich habe so eine tentakel sind hier passiert ganz zu schlagen ja da kam auf einmal eine tentakel raus ohne dlc charakter die tue ist kacke jetzt wo ich immer die trolle hier die frau genommen die mit ihrem mit ihrer dose momentan ist stets 1 zu 1 das problem mit dem wenigsten toten und ich mit dem weiß meisten tagen noch also noch unentschieden ja weil die tage dann auch gut schaffen könnt das gute ist an der einen trolle du brauchst keine fackel mehr aber da kann es ab und zu mal passieren dass irgendwas anbrennt okay aber es stört mich eher weniger mache ich denn vier stück dann nochmal ich habe mir diese ich weiß gar nicht wofür der terminale stone ist ich weiß gar nicht wofür der terminale stone ist ich habe es noch nie ausprobiert ich habe es auch noch mal hingelegt ich lasse die bestimmten Dinge rausfinden das geile ist es geht auch schon länger bei mir und sonnenuntergang ist auch nicht mehr so lange jetzt nee nee aber irgendwann geht es wieder runter vielleicht sei ich jetzt schon aus erfahrung welchen tag haste elf warte mal wenn du so in dem zwanziger bereich kommst dann wird es am schlimmsten ja abfahren nichts da würde ich nicht sagen abfahren dann musst du schon essen haben mhm ja wahrscheinlich wird die tage länger und so werden wieder und ja die nacht wird dann anders nacht wird dann länger du kriegst auch schnelle halluzination mhm du halt erst in der zeit wieder nichts neues entdeckst das ist das problem das ist das problem sehe ich gerade naja erstmal schön die vögel mhm das ii du willst vögeln schon wieder iiii klar aber nicht das hab ich halt gesagt yay und der nächste vogel mhm ja die gehen schnell da rein wenn den samen da rein wie erst denkt das dann ist das kaputt ah das gefällt mir doch schnell wieder da oben haben wir nicht wo viele steine pick up thermal der milestone schick 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 mhm das pass rückchen hier an naja magie wir haben vier hasen naja magie ist ein bisschen ne bretter und ein hool magie ist ein bisschen crazy in dem sinne das sind doch so komisch mit geisterseelen sieht das so aus ne das kriegst du wenn du diese schwarzen hasen hast wenn die dann tötest dann kriegst du die seelen das schmeckt nicht ne 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 meinst du nur meinst du das nur meinst du das nur gut komm, aber nicht komm koch den vogel oder was ist das denn ein stein fängt an zu leuchten jetzt getrunken nein das ist wirklich so und was anderes an den licht macht jetzt weiß ich nicht er hat angefangen zu leuchten als der neben feuer war thermal ja vielleicht heizt er sich auf oder sowas ja kommt rein ich wollte schon sagen ich habe kein ein gebiet gefunden das ist super ich kann da jetzt essen und braten das nicht alles kann ich kann nicht ich nehme meine mutter und dann auch so leuchten und brennend rauszutun und weil die lichtquelle gibt er noch nicht ab kann ich den auch direkt ins feuer tun sorry ich bin jetzt ein bisschen nervig hier oben ich muss eigentlich mal ein schweinchen locken oder vielleicht ist das dann wenn es kalt ist das kann natürlich sein das kalte brauchst du irgendwann sowieso dieses thermometer hab ich schon ja oh ich fahr mal in der schulde krass vielleicht oh mein Gott ist das ekelhaft ach spinne lass mich doch in ruhe komm der tag jay jetzt brauch ich denn 18 glaub ich ahja jetzt muss ich dann erstmal losgehen kommen die aber nicht so zu essen meine ganzen sticks sind in der Folge wachsen kann man schon mal tauschen hier dann kann ich das ding dann bauen natürlich nicht warum solltest du auch naja aber nicht so hier ist ein steingebiet das heißt ich könnte mich eigentlich da wieder einlagen dann waren auch kaninchen dann machen wir jetzt mal wieder eine falle in die armen das gute ist die alte ist ja immun gegen feuer ja ok vielleicht weiß dass du hunger hast toll oh und drin ja da passt die richtung so muss ich meine auch mal wieder ich weiß gar nicht ob die frauen sich hier rasieren müssen da würde ich den Bart extra lange wachsen lassen ja wenn es richtig schmacko fatzi aussieht aber das soll ich mal voll blöd mit den hinsetzen ah jetzt ist der sonnenuntergang wieder länger naja so hier sind die kaninchenlöcher zack rennrein da ja hund gefangen hund gefangen hund gefangen hund gefangen hab ich gesagt so bist du da hund ja du hast hund das hat sie wie hund angehört gesagt und dummer hund naja naja sagen sie alle labern nicht so wunderschöne axel labern von blau ja hier sind kaninchen das ist super und zwar sind die meisten das ist viel an sicherheit garantieren wie weit geht das ding denn hier und das nächste meine frise ja hier sind drei löcher hier sind drei löcher und rennen weg von einem loch hier ist gut zack manchmal ist es blöd wenn die zu weit drin ist direkt ins loch reinkommen doch ne ne meinst du die kannickelchen art ja ach machst du aber so einen komischen stress dadurch macht das ganz gemütlich hier und dann passt das wieder backpack weg man kann man ja nur so hm angefangen tun wir das essen rein ich muss jetzt mal braten gehen so ne schaufel ja aber ich glaub jetzt mal brauche ich Holz ich hab kein Holz ich hab kein Holz ich hab kein Holz jetzt brauche ich nicht wieder Holz na klar ja schrei nicht so hier rum kaninchen naja naja wie können wir denn eigentlich so ein Bett bauen ich würd mich nicht aufm Bett bauen ich würd was anderes bauen ich würd ein Zelt bauen das ist auch irgendwie unter survival ja aber es dauert ja immer viel zu lange noch bis du es kannst ne es kostet glaub ich nur so schweine viel ne ich meine ja dass das dauert bis du es kannst ja das müsste sogar jetzt glaub ich können ich weiß noch nicht was es braucht am Material ja ist ja nicht so dass du es jetzt nicht könntest so Hasenbrennen Hasenbraten oh klatsch 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 kann ich auch brennen ja das stimmt halt sich immer auf ja ja aber was du damit machen kannst weißt du auch nicht ne ne wie gesagt wahrscheinlich für die Wärme ne komm nimm das auch mit wenn dem jetzt alles mit dir geht okay das spinnnetz nur spinnnetz nur ja das ist nervig mit den spinnnetzen ne hm wenn du dann nicht welche von hast du dazu wenig dann brauchst du gar nicht wieder aber ich weiß wo ganz viele spinnen sind mhm ja du brauchst aber auch irgendwie irgendwas das du nicht töten kannst äh der Hase wollte eben reinrennen weil das nacht wurde und zack ist immer eine Falle gerannt ja gleich wieder ja so braten ja ich zucke mir jetzt mal wo sind denn die Bärenbüsche die sind da ja noch heißes grad hell genug ich glaube darauf ist das nacht wird diesmal dann sammeln wir noch ein bisschen Gras dass wir brauchen ja hier sind die hier sind die warum Blumen ja wie in den Bienen so welche nämlich keine sind da ist ja eine Flower ok aber ich glaube die kann ich nicht so hinsetzen ich glaube da muss ich die Schmetterlinge mit nutzen das weiß ich nicht glaub ja das kann ich dir jetzt nicht sagen n 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 ich nicht greifen dann ist es egal ja ist es auch ich habe es gerade noch so geschafft ja die haben auch noch geschafft hier anzugreifen